Oh, Emily, heute sind wir mal für 24 Stunden ein Millionär. Hä, aber Lamy, ich bin doch sonst auch ein Millionär. Ah, was Quatsch, warum? Es ist das Alltag hier. Ja, ja, ist schon gut, aber hey, Freunde, ich bin's, Lamy. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und aktivt rechts die Glocke. Das ist mega, mega wichtig. Und so verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr von uns. Und kriegt auch immer eine Benachrichtigung, wenn wir ein Video hochladen. Gebt dem Video auch einen Daumen nach oben und kommentiert was Liebes mit dem Hashtag LamyArmy oder TeamEmily oder auch LixArmy. Dann habt ihr die Chance, ins nächste Video zu kommen. Und ja, Leute, wie ihr seht, wir sind hier oben auf so einem Berg und das soll wohl das teuerste Restaurant sein. Also wir haben ein Dinner hier draußen und hier ist noch eine Band und ein Chefkoch. Aber Freunde, dazu kommen wir gleich, denn wie gesagt, wir sind heute mal für 24 Stunden lang ein Millionär. Also wir leben das Leben eines Millionärs. Und ich bin mal gespannt, was denkst du, was erlebt alles so ein reicher Mann oder eine reiche Frau so im Alltag? Auf jeden Fall ganz viel Luxus. Ich meine, guck mal, diese Fahrzeuge, also diese Flugzeuge, die werden bestimmt heute noch ganz coole und teure Sachen sehen. Und das Essen sieht auch so lecker aus, Lamy. Ja, nicht nur lecker, das sieht auch mega teuer aus. Also dieses Schweinchen und die Band. Wir können hier essen und wir haben Live-Musik. Und hier wird noch live gekocht, oder Chefkoch? Ja, natürlich. Und ich hoffe, euch schmeckt das Essen. Oh, ich kann es kaum abwarten, das Essen zu probieren. Hier sind schon so ein paar Burger und Hotdogs und Hähnchen. Oh Gott, lecker. Ich habe so Hunger. Aber Leute, schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Denn wir werden auf jeden Fall mega coole Sachen erleben. Und vor allem so Sachen, die auch reiche Leute, also so Millionäre, oft auch erleben. Und ich sage nur so, das wird auf jeden Fall mega viel Spaß sein. Und ich würde sagen, diesen Kuchen... Warte mal, hast du schon was aufgegessen? Äh, 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 mir lief das Wasser so im Mund zusammen. Äh, warte mal, der Kuchen geht mir. Nein, mhm, mhm, lecker. Das Hähnchen, oh Gott. Aber warte mal, so benehmen sich doch Millionäre gar nicht. Wir müssen uns an den Tisch setzen und nicht, äh, auf den Tisch. Aber, naja, wie sieht es mit der Musik aus? Könnt ihr was vorspielen oder was vorsingen? Haha, ja, wenn du willst. Also wir sind die teuerste Band, die es gibt. Und wenn du willst, kann ich dir was vorsingen. Also, eigentlich schon, aber Emily, wie wäre es, wenn du nicht mal was vorsingst? Äh, ich? Oh, da wäre ich aber auch gespannt. Emily, na los, sing du uns was vor. Ja, los, sing du. Komm schon, du kannst so gut singen, sagst du immer. Okay, okay. Und? Mir fällt kein Lied ein. Äh, wie wäre es mit alle meine Entchen? Ah, okay, das kann ich. Okay. Alle meine Entchen. Ja, ja, schwimmen auf dem See. Äh, schwimmen auf dem See. Äh, nein, 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 hör lieber auf. Meine Ohren tun weh. Oh Mann, okay. Und deine auch, oder Musiker? Ja, gut, also singen solltest du jetzt nicht jeden Tag bei Lamy. Äh, es macht sie aber. Und meine Ohren tun weh davon. Aber Emily, wie wäre es, wenn wir einfach mal losfliegen? Losfliegen mit diesen großen Flugzeugen? Äh, und Freunde, schaut jetzt zu, wohin wir fliegen. Das wird auf jeden Fall mega Spaß. Da bin ich als erster dabei. Oh, okay. Oh, los geht's los. Oh, Lamy. Wir fliegen nämlich zum Strand. Zum Strand? Gleich da, so. Das heißt, ich muss da landen? Ja, Sturzflug. Und? So, wir sind da angekommen, Freunde. Oh, was ist denn, Lamy? Ich komme. Oh, wow. Wow. Oh, schnell raus hier. Aber Emily, schau mal. Hier erwartet uns das nächste Erlebnis. Warte mal. Was ist das denn? Wir werden jetzt mit den schnellen Booten hier ein bisschen herumfahren auf dem Meer. Wow. Das reiche, Leute, aber ich glaube, diese Boote sehen auch ein bisschen langweilig aus, oder? Ja, also. Wie wäre es, wenn wir das einmal mal hier so mitnehmen? Einmal zack, hier drauf. So. Und da wird es hochgefahren, Freunde. Warum willst du dein Boot kaputt machen? Hä? Wie hast du das denn gemacht? Einfach so ein bisschen hochheben. Hä? Und dann kommt es gleich auch in die Werkstatt. Aber erst mal kommen wir zu meinem. So, wir nehmen mal hier diesen Schraubenschlüssel und den Motor. Denn der Motor wird hier ausgewechselt. Hier, das ist nur ein Holzmotor drin. Wir tun einen richtig teuren Diamantmotor rein. Wie es zu den Millionären auch gehört, Freunde. Aber auch das Weiße gefällt mir nicht. So, wir nehmen mal so eine Sprühdose. Du kannst ja auch dein Boot schon mal verfärben. Pink? Wir nehmen blau und dieses. Okay. Wir mixen diese Farben einmal mit der Farbe. Und dann zack. So. Ich glaube. Und tada. Ja, siehst du. Mein Boot sieht schon mega cool aus. Wow. So, ich nehme mein Boot wieder zurück. Und werfe es wieder ins Meer. Und wie sieht es mit deinem Boot aus? Oh, ein pinkes Boot. Ja. Ja, das passt zu dir. Könntest du mir das auch hier mal draufstellen? Dann tue ich da auch einen Motor rein. So, einmal hier drauf. Und dann wechseln wir auch nochmal den Motor. Warte. Jetzt hast du den Motor geklaut. Den brauche ich. Okay. Nimm ihn. So, der Holzmotor kommt raus. Und der Diamantmotor kommt rein. Und dein Boot. Oh. Dein Boot ist jetzt auch fertig. Und rein damit. Und jetzt lass uns losfahren. Oh, das sieht voll cool aus. Oh. Da fehlt noch was. Wir müssen noch tanken. Tanken? Das habe ich ja total vergessen. Einmal neben den Zipfel. Und rein damit, Freunde, ein bisschen tanken, damit wir auch fahren können überhaupt. Aber komisch, dass wir das selber machen müssen. Ich meine, als Millionäre müsste das eigentlich alles vorbereitet sein. Aber naja, Freunde, wir fahren los. Und oh, wie viel Spaß macht das denn? Lamy, warte mal. Ich muss doch noch mein Boot auftanken. Das ist schon genug aufgetragen. Lass uns ein Wettrennen machen. Und yeah. Oh Mann, wie cool ist das denn? Und ich komme. Vielleicht sehen wir noch ein paar Delfine oder Haie. So ein weißer Hai. Und ich hole dich gleich ein. Lass uns ein Wettrennen machen. So, von hier. Und zack, einmal hier umdrehen. Oh Gott, oh Gott. Das Boot ist wirklich viel zu schnell, oder? Mit dem Diamantenmotor. Okay, ich würde sagen. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Los. Ey, warte. Du hast einen Frühstatt gehabt. Wow. Nein, das stimmt. Okay, okay, okay. So, aber jetzt umdrehen und wieder zur Startlinie. Ey, das ist gemein. Du hast mir ja gar nicht Bescheid gesagt, Lamy. Das wusste doch jeder. Dreh noch mal um. Nö, hier ist das Ziel. Und ich habe gewonnen. Oh, Manno. So, aber Leute. Jetzt bleibt auch auf jeden Fall dran. Denn wir gehen zum nächsten Erlebnis. Und warte mal. Du willst mein Chauffeur sein, oder? Hä? Nein. Ich würde sagen, ich fahre einfach. Und du kannst hinterherlaufen. Warte mal. Tschüss, Lamy. Lass mich wenigstens das Auto färben. So. Die Sprühdose ist bereit. Und zack. So. Und jetzt bin ich drauf. Jetzt kannst du losfahren. Denn es geht zum Parkplatz. Und dort gibt es mega die coolen Sportwagen, Freunde. Ich zeige sie euch. Und tada. Wow. Was sind das denn für coole Autos. Und warte mal. Hast du das Auto gerade weggeworfen? Äh. Nein. Das steht dann noch. Ich habe es geparkt. Oh. So. Also. Hier haben wir ein Bugatti. Das soll wohl das allerschnellste Auto der Welt sein, Freunde. Also hier dieses Auto. Schaut es euch an. Das sieht auch mega cool aus. Und hier noch so ein großes Auto. Ich glaube, das ist eine G-Klasse, oder? Ja. Aber das ist eine ganz besondere G-Klasse. Denn sie ist mit Gold beschmückt. Ja. Und ich glaube, die ist auch getunt und so. Warte. Wir gucken mal von hinten rein. Ja. Okay. Sieht mega cool aus. Sogar hier mit Fernseher drinnen am Sitzen. Okay. Und das ist wohl ein altes Auto. Aber ein altes Luxusauto. Mit Flügeltüren. Freunde, wie findet ihr dieses Auto? Aber wir gehen weiter zu diesem Porsche, Freunde. Sehr, sehr schneller Porsche. Und das letzte Auto ist hier ein Lamborghini. Und warte mal. Ich muss sagen, ich habe mich verliebt in das Auto. Nein, nein. Stopp mal. Stopp mal. Das arme Auto. Du kannst es nämlich kaputt fahren. So reich sind wir jetzt auch. Nicht, dass wir Autos hier einfach kaputt machen können. Das war nicht extra. Ich glaube, das Auto fahre ich mal lieber zurück. So. Einmal hier hoch. Oh Gott, Emily. Du bereitest mir immer Probleme. Oh Gott, oh Gott. So. Einmal hier parken. Und Leute, was mega cool ist. Dieses Auto ist sogar ein Cabrio. Cabrio. Also, wenn ich will, mache ich hier oben einfach das Dach auf. Und das sieht viel, viel cooler aus, oder? Ja, das sieht schon ziemlich cool aus. Aber Lamy, du hast gesagt, das schnellste Auto der Welt. Warte mal, was tust du da drinnen? Da kann ich mich nicht. Oh, du willst mitfahren? Bist du dir sicher? Ja, natürlich. Im schnellsten Auto auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das dürfen wir aber nicht kaputt machen, weil ich glaube, wie gesagt, wir sind nur für 24 Stunden ein Millionär, nicht viel länger. Und wenn wir das Auto kaputt machen, danach könnten wir das Auto niemals abbezahlen. Und warte mal, können wir nicht mal die Seiten wechseln? Du bist ein schlechter Fahrer. Hä? Ich habe bis jetzt gar keinen Unfall gebracht. Na los, jetzt steig aus. Nein, ich bin ein ziemlich guter... So, jetzt lass uns aber wirklich mal die Seiten tauschen, weil ich glaube, ich bin der bessere Fahrer von uns, oder? Ja, ja, das werden wir dann sehen. So, und mal sehen, wie schnell das Auto ist. Und los geht's, Leute. Ich glaube, das ist echt schneller als mein Lamborghini. Kann das sein? Na, dein Lamborghini ist schon schnell, aber das Auto ist auch sehr schnell. Aber, Lamy, ich glaube, du kannst schlechter fahren als ich. Nein, was redest du da? Ich fahre wie ein Profi, oder, Leute? So, einmal hier rein. Und dann nehmen wir einfach mal eine kleine Abkürzung und runter. Oh, yeah. Oh Gott, und perfekt eingebracht, sage ich doch. Das war sogar sehr gut, Lamy. Natürlich war das gut. Wie gesagt, ich bin der beste Fahrer hier. Und, Leute, falls ihr das ausdenkt, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben. Oder, Freunde. Und falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Und seid in der Lamy-Army. Und auch in Team Emily oder auch Lix-Army. Und, Leute, kommentiert was Liebes. Dann habt ihr die Chance, ins nächste Video zu kommen. Und ich hoffe, ihr schaltet auch morgen beim Video ein. Das wird, wie immer, mega cool werden, Freunde. Deswegen schaltet unbedingt morgen ein. Und tschüss. Tschüss.